Alois Heiner Wiener Lehrjahr Meine Mutter war der Meinung, dass es mir gut täte, die letzten beiden Klassen vor der Matura in einem großstädtischen Gymnasium zu absolvieren. Am besten dort, wo ich im Anschluss daran studieren wollte. Was studieren? Keine Frage. Medizin. Wie mein Vater bei Marius am LKH Klagenfurt, wie vor allem meine Mutter niedergelassene Internistin, die mich großgezogen, bei der ich lebe.